Hallo und herzlich Willkommen bei den 80's Gamern zu einer neuen wunderbaren Folge Bobash mit der Nuschka von Nuschka's Play, da steht sie ja schon vor mir. Hallo Nuschka. Yo, was geht ab 80's und was geht ab liebe Nuschkis da draußen? Ja und dann haben wir noch mit dabei bei den 80's Gamern, weil die sind ja selten allein unterwegs, außer der Pfaffi hin und wieder beim Stream, dann nervt da die Mädels. Dann isst er Chips und trinkt Bier. Nein, der trinkt kein Bier, der trinkt Apfelschwurm. Er trinkt immer Apfelschwurm, stimmt. Genau. Und da ist er, wir haben über ihn gesprochen. Wo ist er? Der große kleine Pfaffnir. Groß ist der Pfaffnir, klein ist was anderes. Hallo Pfaffnir. Hallo, ich begrüße euch. Trahon ist auch da. Und der Trahon ist da, genau. Trahon, wir haben hier eine neue Form von Bobash. Es ist noch nicht unser Community-Bash, aber was spielen wir hier? Das ist viel größer. Wir spielen vier gegen vier. Okay, wir spielen vier gegen vier, genau. Die erste Veränderung ist es vier gegen vier und die Maps sind natürlich ein bisschen größer geworden. Die Schutzzeit ist länger. Das ist krass. Ja. Noch fünf Sekunden. Leute, das wird bestimmt spannend, auf jeden Fall eine Veränderung. Ey, warum geht das nicht ein bisschen schneller hier? Aber der baut nicht mehr so schnell ab wie früher. Nee, hab ich auch grad festgestellt. Irgendwie. Ah, doch, muss ich auch noch ein bisschen. Okay. So ein bisschen bewägen. Spannend wird's, spannend wird's, auf jeden Fall. Mit so viel Macht. Ich kann nicht höher, man kann nicht mehr so hoch die Türme bauen. Alter, die haben unsere Taktik weggenommen. Die haben unsere Taktik rausgenommen. Siehst du, das hat sich rumgesprochen als die 80s-Gamer. Die haben sich die Videos angeguckt. Weil das würde sich natürlich jetzt lohnen bei so viel Mann, ne? Ja. Mein Gott. Ich muss das Spiel erst mal verstehen. Warum verstehen? Rechts die Punkteanzahl. Ja, ist auf jeden Fall eine dicke Veränderung. Da hast du recht. Und wir haben nur acht Minuten Zeit und ja, okay, keine Ahnung. Ja, es gibt einige Veränderungen, Leute. Wir testen das hier. Also wen muss man denn, also es ist irgendwie Last Team Stunning oder was, würde ich mal sagen. So ungefähr wahrscheinlich. Denke ich mal, oder? Ne Ahnung. Wo ist ein Sohn? Runter. Und tschüss. Guck mal, da ist das da. Okay, Leute. Wir wissen noch nicht, was hier los ist, aber wir gucken uns das an. Okay, die Fotzenknäschter aus dem Team Grieben. Mano! Paff dir wieder. Wie du tief einatmest. Ey, krass. Bei alter Lautstärke. Ey. Tarona, oder? Ey, warum baust du meine Steine an? Ja, Mann, Mann. Pass auf, Tarona, kommt jemand? Wo denn? Äh, hab ich ihn runter. Okay. Man merkt, dass das voll die Neulinge sind. Boah, krasser Rückstoß. Ja, also das Spiel wird wahrscheinlich, irgendwie wird jetzt Bobash wiederbelebt. Das sind voll die Neulinge. Die stellen sich hier voll offen hin. Oh, 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 oh. Und die springen einfach runter. Cool, so wie wir früher. Ach, dieser Schatz, die da oben. Ja, ich hab da jemanden. Also wir sind nur zu zweit im jeweiligen Team, oder? Nein, ihr seid die E4. Ah, okay. Das heißt, es gibt vier rote. Aber die haben sich hier etwas verändert, was mir... Seid ihr sicher? Man sieht die Pfeile auch nicht. Okay, er ist runter, Fafnir. Ja, das war es aber nicht du. Egal, wir trocken. Ach, warte, ich bin rot? Okay. Ja, man sieht die Pfeile nicht, das stimmt. Doch, also ich seh die Pfeile. Irgendwann nicht mehr. Irgendwann seh die Pfeile weg. Play für Inran. What are you doing? You crazy guy. Verfickter Traor, ey. Das kann ich umspringen. Das ist natürlich, ist das cool. Da kann man mich ja auch nicht. Also rein, jetzt mal ehrlich. Ja, was so da. Das ist ja ein Eichenbuck, weil wenn mich jetzt einer abknallt. Ja. Und die Welt begrenzt ist nach oben hin. Ja. Da kriege ich ja keinen, da fliege ich ja nicht wirklich fliegen. Ne. Oh oh. Oder wie seht ihr das, liebe Zuschauer? Sarah. Also irgendwie, wir mal gucken. Ich hab dich schon gesehen da oben. What the? What the? Was? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich glaube, wir sind zu zweit im jeweiligen Team. What the? Fafi? Ey, was ein Spacko. Fafi? Ja. Ja. Nuschka ist viel mehr von euch. Hab ich dir schon mal gesagt, dass du eine Hartgeld-Hure bist? Ja. Versuchst nämlich hier gerade deine Pfeile hochzunahmen. Ei, 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 ei. Das ist nicht gut. Oh mein Gott. Und nochmal. Das war die Nuschka. Das war die Nuschka. Hurensohn, ich hasse dieses Spiel. Mann. Also grün ist schon raus, ne? Ja, ich verstehe. Also irgendwann ist ein Team raus, richtig? Das heißt, du kannst auch schon rausfliegen? Also das ist Team Deathmatch, oder? Oder lieg ich falsch? Ja, so ungefähr. Komm schon, ich muss jetzt einen treffen. Komm schon. Wahnsinn, was hier abgeht. Ja, wir sind irgendwie alle voll ruhig gerade. Aber das ist cool. Und wir so konzentriert sind, ne? Ja, ich find's auch unverschämt. Alter, da musst du dir echt einfach nur so eine Plattform, so eine Gondel bauen, ey. Dann kannst du ja eigentlich nicht rausfliegen. Ja, hab ich ja gemacht. Ja, ich merk's. Ich krieg dich nämlich nicht getroffen, du hässlicher Fotzenknecht. Ich hab schon Pfeile abgebekommen, aber die Pfeile machen gar nichts. Also ich kann nicht nach oben fliegen, nicht seitlich fliegen, weil die Welt hier begrenzt. Ist total, eigentlich ist total asozial. Ja, ist es auch. Aber kann ich ja nix für. Aber passt zu dir, ne? Du nutzt das Spiel aus. Du bist so abgehoben da oben. Boah! Dieser Typ. Tschö. Saragon hat ihn gekült. Sehr geil. Mistelburg Traon! Scheiße. Ja. Fafni, hast du eigentlich gestern auch so viel Kohle bei GTA gesammelt, hä? Ja. Nein! Traon, nein! Du kleiner Hacker, Fafni. Traon, schieß auf die Blauen, du hässlicher Spasti, ey. Lass mich in Ruhe. Mann, ey. Mann! Man schießt sich erst rechts ab. Das war nicht der Traon, das war LVLK. Ah, stimmt. Ich hab dich aber auch getroffen. Ach, deine Mutter hat mich getroffen. Pasha. So. Jetzt hast du es, ey. Dafür kriegst du direkt einen Pfeil hinterher. Einen Scheiß kriege ich. Ja, ich hab ihn getroffen. Team Gelb ist draus. Team Gelb ist draus. Krass. Warum? Nein! Es ist nur noch Team Blau da. Liebe Leute, wir haben nur noch Team Blau als Gegner. Die anderen Teams müssen jetzt zugucken. Also das ist die Veränderung. Goddammit. Es ist die Veränderung. Team Blau hat nur noch sieben Leute. Ich glaub, Spike auf null kommen, sind wir dann raus. Ja, richtig, genau. Okay, Gelb war taktisch nicht wirklich. Aber es hat sich eigentlich nichts geändert. Der Unterschied ist halt, dass jetzt vier Teams gegeneinander spielen. Vorher war ja auch ein Gewinnerteam, ein Verliererteam. Da du jetzt vier Teams hast, musst du so lange spielen, bis einer gewonnen hat. Guck mal, der ist Sarah. Fafni, was machst du da? Wie geht man runter? Wie fliegt man runter? Äh, mit Shift. Ach, wir können nicht in das rein, weil hier die Gläser sind. Der hat sich echt in diesem Glas eingebaut. Ja. So eigentlich? Ja, wir beobachten dich. Wir tanzen Samba mit dir. Wir tanzen Samba. Das irritiert mich. Wir tanzen Samba. Siehst du uns? Das irritiert dich? Nein, ich seh euch nicht, das war ein Scher. Wir haben übrigens gewonnen. Genau, wir haben gewonnen. Nein! Oh, ihr seid solche Pipipip. Wir haben die Loser Fafni und Nuschka weggebumst, ja, wie immer. Ja, ja, klar. Als ob, ey. Also du bumst, geh ja gleich, gehen wir in die 06 rein. Nee, nee, warte mal, Leute, warte mal. Jetzt müssen wir auch noch ein bisschen was überdenken, weil die Folgen, die gehen ja ein bisschen, die Rundchen gehen ein bisschen. Ja, das stimmt, das war es so. Das waren acht Minuten, also acht Minuten mal insgesamt, das waren jetzt drei Minuten rein in die 6, zack, zack. Zack, zack, rein in die 6. Okay, liebe Zuschauer, er gönnt euch noch eine Runde. Ich seh die 6 nicht. Ich seh auch die 6. Da ist die 6. 4x4, 6. Was? 4x4 ist 6 und ich nehme die... 4x4 ist 6? Was nehmen wir für eine Farbe? Grün habe ich genommen. Oder Rot, lass uns Rot nehmen. Okay. Let's take the red color. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Rot ist voll, sagt er. Nein. Oh nein, jetzt ist er Sarah an Team Blau. Dann lass, lass uns in Team Grün gehen. Ja. Okay. Ja, wir sind alle zusammen. Ja, wir sind cool. Okay, liebe Zuschauer, die 80s sind zusammen mit unserer... Ey, da bauen wir uns direkt diesen fucking Turm auf. Wir müssen das alle vier machen, weil dann können die uns nicht runterholen. Okay, Traon holt uns die Kills. Ja, ich war letztes Spiel auch wieder Player of the Match, ne? Ja. Ja, du kriegst eine Goldmedaille von uns. Wähle dein Gewicht. Ja. Wie wähle dein Gewicht? Was? Wo? Standfestigkeit minus... Geht mal auf das Steak. Wähle dein Gewicht. Ach so. Ist ja lustig. Laufgeschwindigkeit. Das ist ja krass. Schwergewicht. Ich gehe mal auf Schwergewicht da oben. Da oben muss ich ja nicht schnell sein. Ich gehe auf Normalgewicht. Da oben muss ich ja nicht schnell sein. Da gibt er mir recht. Oh. Das ist eine Scheißkarte. Boah, das ist... Die besteht nämlich komplett aus Glas. Ja, und das wird alles abgebaut. Boah, krass. Das ist ja freaky. Ey, Leute, was geht hier ab? Was haben die mit Bowbash gemacht? Das ist ja cool. Bowbash hat sich verändert, liebe Leute. Ey, ich weiß gar nicht, wo ich draufhauen soll. Ich baue hier einfach... Es ist alles gleich weg, so. Oh. Weg. Tschüss. Nein, scheiße. Ich habe hier ein Schwergewicht vor mir liegen. Oder stehen. Sarah, komm. Nein. 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 Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Warum fliegt er nicht weg, Sarah? Wir müssen flüchten. Ich bin Laufgeschwindigkeit. Scheiße. Krass, ey. Sarah, was ist das für einer? Keine Ahnung, der nervt mich gerade. Leute, wir haben einen in der Base, der uns stört. Ich hau ihn jetzt um. Keine Angst. Hau ihn um. Komm, hau ihn um. Wo ist denn hier der Ausgang? Es gibt keinen Ausgang. Diese Map besteht aus Glas. Sarah, komm. Hau ihn um. 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 Oh Gott, ey. Leute, wir müssen gegen diesen Typen kämpfen. Was ist mit Boba passiert? Jetzt kommt hier auch noch ein Gelber. Intruder! Intruder! Oh mein Gott. Also die Türmchen-Taktik ist hier echt schwierig. Vielleicht sogar so los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du kannst hier kein Tum bauen. Oh, this is fucking crazy. Oh shit. Ey. Doch, erstmal schon. Stell dich fest. Ich gehe jetzt erstmal gerade hoch. Alter. Wir gucken uns das mal an, liebe Leute. Ich habe doch nicht mehr mehr Feile. Was ist das hier bekloppt? Ey. Scheiße. Was haben die mit Boba gemacht? Ja. Ich habe den blauen weg. Krass. Wir versuchen uns hier durchzubasteln. What the fuck. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht selber aus unserer Base rausfallen. Ja, ist es mir gerade auch passiert. Wie seid ihr denn aus der Base gefallen? Ja, wir hatten hier Einbrecher. Weil das Glas sich abbaut und nicht mehr... Ja, deswegen... Ich habe... Guck mal hier oben. Ich habe einen Gang. Hallo, Fafi. Ja, ich bin ja auch hoch. Das ist ein Roter direkt über mir. Ein Roter kommt hier rein. Da kommt noch ein Gelber. Da kommt ein Gelber. Pass auf, Nuschka. Kann man den irgendwie töten? Wie tötet man den jetzt? Du baust den runter. Ah, fuck. Alter, krass. Krass. Stirb doch jetzt. Ja, ich habe ihn. Gut. Gut, 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 gut. Okay, jetzt muss ich hier nur irgendwie heile rauskommen. Ach, ihr seid da oben. Am Bashen. Wir haben ja voll den Pfeil. Ey, das ist so krass. Hier geht's ab, Leute. Gladiatorenkämpfe. Aber ich... Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was hier abgeht. Ich auch nicht. Ich kann mich überhaupt nicht orientieren. Ey, Fafi, was ist denn los, Alter? Das ist wie so ein Labyrinth. Wo bin ich? Oh Mann, ey. Okay, Alter. Hast du gesehen? Ey, wo bin ich? Das ist nicht normal. Ey, das ist so krass. Alter, was macht er hier? Ey, das ist so crazy, Leute. Das ist total behindert, ey. Ey, das ist voll lustig, irgendwie. Voll der krieg hier, ey. Gib mal den Magic Stick. Ja, ich hab den auch gerade benutzt. Das war gut. You gotta use the Magic Stick. Das lag ein bisschen. Fafi? Ja? Auch in diesem Wrestling-Fight. Oh, ich bin rausgefallen. Hier gibt's ein Loch, Sargon. Boah, scheiße. Guck mal, nein. Nein. Boah, scheiße, der hat mich weggebuddelt. Ey, Fafi, wir brauchen hier eine neue Taktik. Weißt du was? Ja, hier sind zu viele Löcher. Wir buddeln uns einen Tunnel. Wie wir fänden auch wie früher. Wir buddeln uns einen Tunnel unten auf der vorletzten Reihe. Oh mein Gott, ey. Das ist so verrückt. What the fuck? Was soll der Scheiß? Warum wird man hier eingezogen? Ich möchte das nicht. Nein. Nein, ich möchte das nicht. Mann. So bekloppt, Mann. Ehrlich. Oh nein. Nein, 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 nein. Geh weg, geh weg von mir. Geh weg von mir, Sandstorm. Oh, scheiße, ey. Was ist mit dem? Scheiße, hier ist wieder so ein kackiges Loch. Oh. So ein kackiges Loch. Ich treff diesen Typen nicht. Was ist mit dem? Du hast eine Scheibe. Ich treff den die ganze Zeit. Ja, man kann das auch so schwer erkennen. Das ist voll komisch. Ja, das ist also, Leute, freaky. Robash ist freaky geworden. Das ist das Glashaus hier. Auf jeden Fall war was Neues. Aber wo ist mein Magic Stick? Ich brauche den. Der ist weg, ey. Das ist kein Magic Stick. Ja, oder was auch immer. Das ist der, der dich rettet. Nein. Das ist der Dildo-Stick. Nein. Der kriegt keinen Rückstoß, der Homo. Warum sterben die nicht einfach von, wenn sie mit einem Pfeil trifft? Das ist doch voll realistisch eigentlich. Ja, er ist raus. Ich fall immer runter, ne? Aber die Spastis fall nicht runter. Ich find die Karte ist echt dumm. Nee, es geht schon ab, find ich. Ja, Leute. Also, ich will nicht wissen, wie es aussieht, wenn der Shader an ist. Da siehst du gar nichts mehr. Ich seh... So, jetzt aufs Zuschauer. Jetzt mal nicht erschrecken. Ich bin richtig un... Ich bin so... Pass auf, der kommt, der kommt. What? Nein! Fuck, Mann! Oh, fuck, Leute. Ey, das ist ein pures Chaos hier. Leute, mit dem Shader, wie findet ihr es? Also, es sieht fast wieder steinig aus. Doch, ist nicht so... Doch, ist irgendwie... Man guckt halt nicht mehr durch, Leute. Aber man erkennt wenigstens, wo man ist. Also, mit Shader, find ich... Ja, ich hab ihn getroffen. Ja, Mann! Ey, man... Jeder buddelt sich hier so irgendwie einfach durch, so. Boah, Leute, was geht hier ab? Das ist irre, oder? Was ist denn hier los, ey? Man fällt hier nur noch durchs Loch. Man fällt hier immer noch ins Loch. Leute, wir sind gleich raus. Nein! Okay, das ist aber auch echt, äh... Ja, wir sind die Schlechtesten, ey. Oh, Scheiße! Ja, okay, aber es gehen auch alle auf uns, ne? Genau, warum wohl? Die Masken-Männer. Ja, wir haben Angst vor uns. So, ich hab ihn. Ja, es hat einen gekillt. Lass mich doch mal in Ruhe! Ja, ich hab dich gerettet, Traon! Danke. Okay, Leute, wir nehmen den Shader wieder raus. Ich glaub' ich zumindest. Ich bin nicht so sicher. So, zurück zum Spiel. Der Shader wieder raus. Da ist der Traon. Ah, der ist auch runtergefallen. Ich hab' ihn aber mitgekillt. Wir haben nur noch vier Leben, ne? Oh, Scheiße, was mach' ich denn hier? Geh da weg! Die wollen nicht untergraben. Nein! Das ist Wahnsinn, was hier abgeht, Leute. Gibt's nach oben eigentlich ne Begrenzung? Ja, man kommt nach oben irgendwo raus. Ich hab' das eben nicht gesehen. Krass, ey. Das ist so freaky, ey. Ja, krass. Man kommt hier raus. Wie raus? Fuck! Oh, oh, Vorsicht! Oh, der ist so schnell, ey. Was ist das für ein Freak? Oh, nein! Okay, Leute, versuch mal hier rauszuholen. Scheiße! Scheiße, fuck! Och, Mann! Wegen euch! Mann! Dressetrauen, ey. Ohne Witz. Du bist so schön auf dem Weg nach oben. Okay, oben ist auf jeden Fall ne Fighting Area. Guckt euch das mal an. Boah, cool! Das ist ja... Das ist ja richtig Deathmatch. Wir müssen uns nicht da unten... Das ist echt... Da oben ist echt Team Deathmatch, ja? Boah, krass, ey. Guck mal. Du musst ja erstmal hier ne Taktik finden. Ja, am besten gehen wir hoch, auf das Dach, positionieren uns in der Mitte und ballern die anderen alle runter. Ja, Mann. Das ist cool. Das ist eigentlich die beste Taktik. Ja. Ja, okay. Das, Leute, Krass Team 80s mit Nuschka ist raus. Ich würde sagen, weil ich so oft gestorben bin. Wir haben zwei neue spannende Maps gesehen. Oder, Nuschka? Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig, richtig, richtig crazy. Also, ich finde, das macht richtig Bock. Ja, es ist auf jeden Fall Action. Leute, Jungs, wie seht ihr das? Ja, auf jeden Fall. Faffi? Einfach die Fresse halten. Einfach die Fresse halten. In diesem Sinne würde ich sagen, Lasst uns mal, Liked mich am Arsch. Liked uns am Arsch und die guten Pickers kommen. Bis dann. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.